Willkommen zurück zu Harvest Moon! Es ist soweit. Wir wollen jetzt heiraten. Fertig aus, Mickey Mouse. Sie hat sieben Herzen, wenn nicht schon acht. Und das letzte Mal musste es sich nur verschieben, weil es geregnet hat. Es ist soweit. Lass uns heiraten. Es ist nicht ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Nicht unbedingt. Ähm, ja. Hallo? Was soll's? Ich sage, okay. Das ist der... Der große Tag. Ich habe Eva geheiratet. Ob das mal nicht der größte Fehler meines Lebens war? Sonnabend, zweiter Herbst. Heute haben wir geheiratet. Um-num-num-num. Na du? Alles klar? Guten Morgen, Schatz. Sei von nun und glücklich. Warum so schüchtern, Mann? Okay. Wir haben doch George versorgt, oder? Ja, gut. Das war's. Keine Ernte. Das ist zum Kotzen. Dann brauchen wir den Sprinkler auch nicht mehr. Okay. Da wir den Sprinkler nicht mehr brauchen. Ah, wir haben jetzt die goldene Dingsbums da. Ne? Zum Hacken. Ne? Die goldene... Na, wie heißt's nochmal? Oh, ich dreh durch. Hacke halt. Ich habe doch immer was anderes gesagt. Flug. Habe ich, glaube ich, gesagt. Okay, das brauchen wir nicht mehr, aber was brauchen wir denn? Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, nehmen wir halt das mal mit. So habe ich das gemeint. Das war ab und zu ein bisschen Holzhacken. Gucken wir erstmal nach George. Äh. Hahaha. Chaos. Mensch, komm, jetzt weg da. Das wird mir zu viel. Ich glaube, ich verkaufe Hühner. Ich meine, die vermehren sich eh wie die Sau. Und wenn wir verkaufen, das bringt auch jede Menge Kohle. Und wenn... Unser Futter... Ich habe Angst, dass unser Futter ausgeht. Wir gehen einfach mal in die Stadt und fragen danach, wie das ist mit dem Verkaufen und so. Dann werden wir mal ein paar los. Das ist, glaube ich, die klügere Variante. Bevor die mir hier... Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn? Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh Gott, jetzt haben wir schon zehn. Ne, da will ich schon... Ich würde sogar fünf Stück verkaufen, damit wir nicht so viel schuften müssen. Obwohl, im Winter haben wir sonst keine Geldeinnahmen. Weg. Fünf. Sechs. Muss man aber laufen hier. Kann das nicht meine Frau machen? Kann die sich nicht auch mal nützlich machen? Vielleicht werden sich jetzt einige fragen, wozu ist jetzt die Frau eigentlich gut? Naja, sie ist halt da. Und sie lebt von meinem Geld. So ist das halt. Like Real Life. Warum habe ich das jetzt zur Seite geschmissen? Ich glaube, die ist jetzt irgendwo draußen oder im Schuppen oder irgendwo treibt sie sich immer rum. Keine Ahnung. Na, Rudi. Das ist wichtig hier. Höh. Immer noch nicht. Na gut. Komm, wir fragen mal, wie es aussieht mit Hühnern verkaufen. Ob das geht. Oder ob wir die mitbringen müssen. Wahrscheinlich. Jedes Huhn einzeln tragen. So würde es wohl aussehen. Der Händler ist da. Es ist ja auch Sonntag. Na du, was machst du denn da hin? Na du. Ne. Weiß ich doch. Ach so, es ist ja Sonntag. Ach, Kinders. Kümmern wir uns halt morgen drum. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr in die Kneipe. Hihihi. Damit hat sie viel erledigt. Und was wollen wir sonst machen? Gras und Hühner. Mehr haben wir jetzt nicht mehr. Komisch. Wie viel Uhr? Zehn Uhr? Können wir doch noch einen Pilz holen. Und dann unser Geld verplempern. Da tun wir morgen eine richtige Shoppingtour machen. Aber wir könnten auch... Na komm, esst den Pilz. Dann hol dir einen Fisch. Der ist nämlich mehr wert. Omnumnumnum. Das muss das sein. Vom Angeln direkt nochmal ein. Croissant vernaschen. Heute Nacht weiß ich, wen du vernaschst. Ach so, Leute. Wir dürfen nicht mehr so spät ins Bett gehen. Weil da wird die Frau nämlich böse. Ist wirklich so. Wir sammeln dadurch Minuspunkte. Dann kommen wir so spät erst ins Haus. Und... Dann liegt sie schon allein im Bett. Eingeschlafen. Da freut sie sich nicht, wenn sie allein ins Bett muss. Lieber, dass wir zusammen ins Bett gehen und... Kuscheln. So ist es. Schmusi, schmusi. So sind sie, die Weiber. Wir können doch jetzt schon ins Bett gehen. Was soll ich noch machen? Es ist Sonntag. Wir können nichts machen, Mann. Ja, Holz hacken könnten wir theoretisch. Es ist 3 Uhr. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Holz hacken. Wir haben uns um die Hühner gekümmert. Komm, wir gehen schlafen. Wo bist du denn? Bist du denn hier drin? Ja. Das wirkst so gut für mich, Schnäuzelchen. Jetzt gibst du uns Bier. Torkel, torkel. Komm, wir gehen. Penne. Kuschel, kuschel, kuschel. Okay. Pass bitte auf dich auf. Erstmal kümmern wir uns um Gras. Okay, das ist fällig. Das sehe ich. Ja, wir müssen halt echt aufpassen, wisst ihr. Was? Okay. Mein Gott. Wir haben halt so wenig Gras. Das ist das, was mich so beunruhigt. Ja, sonst haben wir ja nichts. Die Hühner. Ja, die Hühner kümmern wir uns gleich. Wir gehen erstmal gucken, ob wir verkaufen können. Wenn wir die verkaufen müssen, müssen wir auch kein Futter hinlegen. Oder je nachdem. Ich weiß es nicht mehr, wie das lief. Ich habe keine Ahnung mehr. Total vergessen. So, komm mal rein. Wir reden mal. Bei einer ruhigen Tasse Tee. Hallo, womit kann ich die? Huhn verkaufen. Okay, ich hole es später ab. Das ist heute am Anfangseingangspferdsteiner Farm. Okay. Das ist Futter für die Hühner. Ja, ja, kauf's. Was ist das hier? Ja, ja. Und die Spritze ist Medizin für die Kühe. Da gab's auch irgendwie Tricks. Dass die Kälber schneller geboren werden dadurch. Aber ich weiß nicht mehr, wie es war. Ein Huhn in den Eingangspferd. Okay, das werden wir tun. Wen werden wir opfern? Nicht George. Wir werden den... Na? Wen nehmen wir denn? Wir nehmen am besten... ...de Willi, oder? Ach, keine Ahnung. Ach so. Sorry, mein Freund. Du musst leider von uns gehen. Beeil dich. Tut mir leid. Okay. Tun wir jetzt jeden Tag ein paar verkaufen. Kriegen wir so schnell neue. Ach, hier ist wieder Futter. Hä? Na, egal. Ach so, hab ich das jetzt... Hä? Moment mal. Was mach ich denn eigentlich? Was ist das für ein... Okay, es geht auch. Ähm. Sieben. Acht. Neun. Scheiße. Es sind nur neun. Wenn überhaupt. Na, egal. Könnt ihr bitte alle da weggehen? Das geht doch so, okay. So geht's auch. Dann ist ja in Ordnung. Meine Hühnchen. Was seid ihr für feine Kerle. Okay, seid ja alles Weibchen. Ja, so ist es eben. Das ist Harvest Moon. Da kann ich nichts mit zusagen. So. Haben wir uns um alles gekümmert? Ja. Die Frau. Ja, was soll ich für die alte Schabranke noch machen? Die ist doch gar nicht da. Wo sind die? Wo treibt die sich rum? Alter, geht die mir schon fremd am zweiten Tag? Die kann nur hier drin sein. Ja, tatsächlich. Was soll ich heute Abend kochen? Mir egal. Schick mir Knackerts. Omnomnom. Das ist ja erst so früh, hey. Was können wir denn noch machen? Holzacken. Theoretisch. Komm, wir gehen schlafen. Scheiß drauf. Ich will auch mit der nicht kuscheln. Zäh. Na du, Mäue. Ja, das macht mich total glücklich, dass in den Bergen so viele Tiere sind. Ich kann mir nichts schöneres vorstellen. Sag mal, das Huhn ist immer noch da. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Mit dem Huhn. Verstehe ich nicht. Hey, I don't understand. Wie viele haben wir hier? Sechs, sieben, acht, neun? Alle da? Verstehe ich nicht, was der von mir wollte. Ich werde ihn gleich nochmal besuchen kommen. Und fragen, was konkret er von mir verlangt hat. Hättest du das Huhn in die Box schmeißen müssen, oder was? Glaubst du doch selber nicht. Das wäre doch Tierquälerei. Och, nö, geh weg da. Äh, Moment, nochmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Da schläfst du ganz bestimmt nicht. Wie sie schon geiern. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, und neun. Meine Herren. Ich gehe jetzt wieder zu einem Kerl und frage, was los ist. Oder, warte. Sorry. Nee, geht nicht. Moment. Guck schon nochmal, ob das Gras geht. Ja, das Futter ist nur für den Notfall eigentlich. Das Futter ist nur für den Notfall. Hey, sollst du nicht rausjumpen? So, mach's mit dem los. So, jetzt ist aber hier so einiges fällig, hey. Warum denn nicht? Tz. Hier, stopp, dir geht's so gut. Was? Steht denn hier eigentlich so? Hier oder was? Da kann ich nichts dafür, wenn's rausläuft. Also, das, das, deswegen nicht, also, hä? Also, du bist ja einer. Davon will ich nichts hören. Komm jetzt. Rede mit mir. Na ja. Ach so. Huhn verkaufen. Toll. Na gut, Leute. Dann bis zum nächsten Part und ciao. Tschau. Dann... Tag. Dann. і. Jetzt. Vielen Dank.